Herzlich willkommen bei asef-windnode.de, dem Portal für innovative Stadtwerkeprojekte im Rahmen von Windnode. An dieser Stelle möchten wir Ihnen das Windnode-Projekt mit Herrn Markus Gräbig näher bringen. Windnode ist ein Verbundprojekt von über 70 Partnern aus ganz Ostdeutschland. Bei Windnode geht es sozusagen um die zweite Phase der Energiewende. Wir stellen die Frage, wie wir in einer Zukunft mit sehr hohen Anteilen an erneuerbaren Energien im Stromsystem weiterhin einen effizienten, sicheren Netzbetrieb gewährleisten können und wie wir es schaffen, sehr große Mengen Erneuerbare gut ins System zu integrieren. Windnode möchte Musterlösungen entwickeln. Musterlösungen dafür, wie die Energiewende gelingen kann. Wir haben dazu insgesamt 50 einzelne Arbeitspakete, einige von diesen mit Beteiligung von Stadtwerken, einige ohne Beteiligung von Stadtwerken. Aber alle diese 50 Arbeitspakete entwickeln Musterlösungen, welche übertragbar für andere Nutzer national und auch international sein sollen. Das heißt, Stadtwerke sind herzlich eingeladen, sich einerseits das, was die beteiligten Stadtwerke bei uns tun, anzuschauen, aber auch Themen wie Power-to-Cold oder Laststeuerung bei industriellen Kunden oder neue Geschäftsmodelle oder IT-Lösungen, die wir entwickeln, um beispielsweise Sektorkopplung für kommunale Entscheidungsträger zu visualisieren. Die deutschen Stadtwerke zeichnen sich durch ihre Kundennähe aus. Wenn wir über Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger sprechen, dann sind Stadtwerke eine wirkliche Besonderheit und Kernakteure in Deutschland. Und insofern, um die Energiewende gelingen zu lassen und das, was immer als Akzeptanz und Partizipation beteiligt wird, dort haben Stadtwerke eine enorme Chance, als Vermittler zu wirken. Und ich möchte alle Stadtwerke ermuntern, neben der Kompetenz im klassischen Kerngeschäft, einfach sich bewusst darüber zu sein, dass sie als regional vernetzte Akteure eine unheimliche Chance haben, diese neuen Geschäftsmodelle eben auch aufzugreifen und an ihre Kunden zu transportieren. Bis zum nächsten Mal. Willkommen an Bord. Jetzt liken, abonnieren und Glocke aktivieren.